Sicher hört ihr diesen Satz häufig im Lateinunterricht. Sucht zuerst das Prädikat. Das ist aber nicht immer ganz so einfach zu finden, daher heute mal vier Tipps, um das Prädikat besser zu erkennen. Ganz kurz zur Erinnerung, ein Prädikat ist eine konjugierte Form eines Verbs. Das ist das Herzstück des Satzes. Der restliche Satz baut darauf auf und deshalb ist es auch so wichtig, es zu Beginn zu finden. Das Prädikat antwortet auf die Frage, was passiert oder was tut das Subjekt des Satzes. Hier als Beispiel, Quintus in Skolam Corrit, also Quintus rennt in die Schule. Corrit ist hier das Prädikat und sagt uns, was das Subjekt des Satzes, also Quintus tut. Mein erster Tipp für das Erkennen von Prädikaten ist, schau nach hinten. Und damit meine ich ans Ende des Satzes. Häufig stehen Prädikate nämlich als letztes Wortumsatz. Ausnahmen gibt es natürlich bei Sachen wie ACI oder Imperativen oder lang verstachtelten Sätzen oder später auch in der Dichtung. Aber vor allem, wenn ihr noch in der Phase seid, in der ihr noch mit eurem Lateinlehrbuch arbeitet, hilft euch diese Regel mit dem nach hinten schauen ziemlich viel, wie ihr an diesen Sätzen hier mit unterschiedlicher Länge und auch unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad auch sehen könnt. Die zweite Regel ist wieder, schau nach hinten. Und diesmal meine ich nicht das Satzende, sondern das Wortende. Die Wortendungen von Prädikaten sind die sogenannten Personalendungen, die es für das Aktiv und das Passiv gibt und die euch schon sicher begegnet sind. Also O oder M ist, Mus, Tis, Nt für das Aktiv oder OR, Ristur, Mur, Mini, Ntur für das Passiv. Wenn ihr also eine solche Endung bei einem Wort entdeckt, lohnt es sich genauer zu schauen, ob das nicht vielleicht eine Verbform sein könnte. Was ich noch erwähnen muss, das Perfekt Aktiv hat nochmal seine ganz eigenen Personalendungen. I ist die It, I muss ist es E und die muss man leider auch dazu lernen. Vielleicht sagt ihr jetzt, na gut, es gibt aber auch doppeldeutige Endungen wie Mus oder O oder I, was auch die Endung von einem Substantiv oder Adjektiv sein könnte. Und tatsächlich kann das sein. Bei solchen Fällen muss man überprüfen, ob das jeweilige Wort wirklich von einem Verb stammt. Und wie macht man das? Indem man es in die Grundform, also im Falle von Verben, in den Infinitiv bringt. Damit es auch gut klappt, kommt der nächste Tipp ins Spiel. Vielleicht werdet ihr bei diesem Tipp mit den Augenrollen. Pauke gewissenhaft. Damit meine ich folgendes. Wenn ihr Vokabeln lernt und vor allem, wenn ihr Verben lernt, lernt alles mit, was dabei steht. Also bei den Beispielen Kurere, Ferre, Mittere, nicht nur den Infinitiv und die Bedeutung, da laufen, rennen, tragen, berichten und so weiter, sondern auch die erste Person Singular, Koro, Ferro, Mito. Und wenn ihr schon weiter seid, direkt auch alle Stammformen. Das hilft euch unheimlich dabei, Verben bzw. Prädikate zu entlarven. Es gilt vor allem dann, wenn das Prädikat mit dem Perfektstamm gebildet wird. Also zum Beispiel beim Perfekt, Pluskomperfekt oder Futur 2. Wenn man bei sehr unregelmäßigen Verben da nicht die Stammformen kennt, bleibt eigentlich nur noch das Raten. Wie soll man denn bitte sonst bei den Wörtern Tuli oder Missi erkennen, von welchem Verb sie ursprünglich stammen? Mein vierter und letzter Tipp lautet Entlave Komposita. Komposita sind zusammengesetzte Wörter. Im Kontext von Verben und Prädikaten sind sie zusammengesetzt aus einem Verb und einer Präposition. Die Präpositionen erweitern die Bedeutung der Grundverben. Das können wir uns wie folgt zunutze machen. Häufiger kennen wir in Prädikaten nicht, da wir einfach nicht sehen, dass das jeweilige Wort eine Verbform sein könnte und die uns bekannt sein könnte. Wenn wir aber bei einem Wort entdecken, Moment, der erste Worteil ist eine Präposition, wie Ad oder De oder Ab, können wir danach überprüfen, ob der zweite Worteil nicht vielleicht ein uns bekanntes Verb ist, wie zum Beispiel hier. Bei Advenimus würde man vielleicht wegen der Endung muss nicht direkt vermuten, dass es ein Verb bzw. ein Prädikat ist. Wenn wir aber vorher erkennen, okay, da steht die Präposition Ad davor. Was ist denn der zweite Worteil? Dann sehen wir in Verbindung mit meinem zweiten Tipp, Aha, Venimus kommt von Viniere und das ist die erste Person Plural. Hier auch nochmal eine kleine Übersicht der Präpositionen, die gerne mal vor Verben stehen. Wenn euch der letzte Tipp mit dem Entlarven der Komposita weiter interessiert, dann schaut mal in dieses Video rein, indem ich das Ganze ausführlich erkläre und auch aufzeige, wie uns das im Allgemeinen bei der Übersetzung helfen kann.